Viele gute Ideen und schon wieder nichts umgesetzt. In den nächsten drei Minuten erkläre ich dir, wie du dein Gehirn trainierst, damit du die wirklich wichtigen Dinge angehst und dauerhaft veränderst. Wenn du interessiert an solchen Tipps und Tricks bist, dann klicke jetzt gerne auf Abonnieren, denn im Optimizing Sender erfahren wir immer viele wertvolle Tipps und Tricks, die uns unser Leben als Unternehmer und im Unternehmen einfacher und besser machen. Ich habe hunderttausend gute Ideen und ich versuche immer wieder, was in meinem Leben zu ändern und wenn ich dann sitze und die letzten paar Tage zurückschaue, da komme ich drauf, ich habe es schon wieder verschoben. Ich habe die Aufschieberitis. Ich nehme mir was vor und ich mache es nicht. Warum? Weil ich einfach in einem Gewohnheitsmodus bin und weil ich die wirklich guten Dinge erst dann mache, wenn sie anstehen, wenn sie wirklich wichtig, wenn sie wirklich wehtun, wenn sie wirklich dringend sind. Ich kann aber trainieren gegen die Aufschieberitis und das mache ich am besten mit etwas, was mir wirklich Spaß macht. Beispielsweise nehme ich mir in der Früh vor, heute Abend werde ich zwei Bier trinken. Das ist nicht sonderlich schwer. Was darf ich nicht machen? Ein Bier trinken oder drei Bier trinken. Aber mein Gehirn lernt, aha, das, was ich mir vorgenommen habe, das wird umgesetzt. Und so lerne ich an einfachen, angenehmen Dingen, lernt mein Gehirn die Beharrlichkeit. Ich muss Beharrlichkeit aufbauen und Beharrlichkeit lernen. Ich nehme mir vor, dass ich heute meinen lieben Freund Christoph anrufe. Was darf ich nicht machen? Ich darf einmal nicht morgen anrufen und ich darf niemanden anderen anrufen. Und so lernt es für die wirklich wichtigen Dinge. Und da muss ich mich selber jetzt schon an der Nase nehmen und aufpassen. Alles das, was ich mir vornehme, weiß mein Gehirn schon mittlerweile. Ich mache das seit Jahren, dass es das umsetzen muss und dass es daran bleiben muss, dass es da dranbleiben muss. Und so nehme ich mir für heute wieder vor, am Abend trinke ich zwei Bier. Und auch so wird es dir gelingen, Beharrlichkeit zu lernen mit angenehmen Dingen. Und du wirst sehen, wie du dich selber weiterentwickelst. Und die Aufschieberitis gibt es nicht mehr. Das Video hat dir gefallen und du möchtest vor allem unsere Sache unterstützen, KMUs in Deutschland und Österreich mehr in den Mittelpunkt zu bringen? Dann abonniere uns jetzt, damit kannst du uns am besten unterstützen. Abonniere jetzt!